So, wir sind im Backstage-Zelt und mit dem tatsächlich schon letzten Interview des Tages am kleinen Interview-Marathon hinter mich gebracht und bei mir ist die Ina von Deine Cousine. Hallo. Hi. So, freut mich sehr, dass du gekommen bist. Und die Frage ist jetzt, du hast, glaube ich, 2017 dein Debütalbum veröffentlicht. 19, entschuldige. Und wurdest dann ja wahrscheinlich jäh durch Corona ausgebremst, damit live zu gehen. Hast du denn mit dem Album einige Shows gespielt oder war ein Großteil von dem, was du dir jetzt vorgenommen hast, geplant, wurde das gecancelt? Nee, also ich hatte Glück, dass ich noch ein komplettes Jahr spielen konnte. Eigentlich das Album kam im April. Und wir haben noch einen richtig schönen Festivalsommer gemacht und eine sehr, sehr schöne erste komplette eigene Tour mit 25 Shows. Einmal durch Österreich, Deutschland. Also deshalb durfte ich es noch einmal richtig erleben. Das war schön. Hat dich das denn jetzt, also diese ganze Corona-Krams, hat dich das denn jetzt sehr ausgebremst? Was neue Ideen angeht oder neue Songs? Oder hast du für dich selber weitergearbeitet dran? Warst du produktiv in der Zeit? Ja, also ich habe natürlich super viel weitergearbeitet und so, aber es beeinflusst natürlich die Songs, die entstehen. Also es sind jetzt nicht die Party, Kracher, Juhu, Leben ist geil Songs gewesen, die in der Zeit entstanden sind. Da gab es eigentlich schon vorher ein paar bis zwei, drei Alben, die ich geschrieben habe und so langsam geht es auch wieder los, dass ich auch solche Ideen wieder habe. Aber natürlich war das in der Zeit erstmal alles ein bisschen nachdenklicher, schwerer vielleicht, weiß ich nicht, aber so andere Themen auf jeden Fall. Aber ich habe die Zeit super viel genutzt, um mich selber so fortzubilden. Also ich habe wieder Klavierunterricht genommen und irgendwie Instrumente geübt, was ich wahrscheinlich sonst in der Form nie gemacht hätte. Also schon die Zeit sinnvoll genutzt. Ja, voll. Was ich fragen wollte, jetzt, ich habe mir mal so ein bisschen durch dein Oeuvre gehört und wie viel Runaway Girl ist in dir selber drin? Das würde mich mal interessieren, weil du ja, von deiner Geschichte, du hast ja einen relativ normalen bürgerlichen Job mal irgendwann gelernt und hast dich aber irgendwann entschieden, das eben nicht mehr zu machen. Und wie viel Runaway Girl steckt in Ida? Na, im Prinzip ist das ein bisschen der Song, wie ich mir gewünscht hätte, dass es gelaufen wäre vielleicht, dass ich mich früher entschieden hätte, diesen Weg zu gehen. Also die orangenen Doc Martens, die gab es so. Die gab es blauen. Da steckt schon sehr viel drin. Also natürlich ist es ein bisschen eine Adaption meiner Geschichte, aber bin jetzt nicht von 15 in Nacht und Nebel von zu Hause abgehauen. Aber vielleicht ist es ein bisschen manchmal der Wunsch, dass es so gelaufen wäre. Auf der anderen Seite ist man ja immer nur der Mensch. All der Resultate von dem, was man so erlebt hat und mein ganzer Exkurs in die normale Arbeitswelt hat mir auf jeden Fall auch positive Seiten mitgebracht und so. Und deshalb, vielleicht sollte das so sein, dass ich erst so spät anfange Musik hauptprofi zu machen. Also mich hat es tatsächlich ein bisschen an Born to Run erinnert, den Text. Total, ja. Ja, ne? Also das war auch ein bisschen die Idee, ne? Es sollte eine Mischung aus hier, she's a runaway, she's a little runaway und natürlich die Nummer, wo diese eine Zeile draus adaptiert. Das ist die Journey, Don't Stop Believing, genau. Genau, das war so, als ich angefangen habe, diesen Song zu schreiben, habe ich irgendwann zu dem Typ, mit dem ich das geschrieben habe, wir haben irgendwie ewig an dem Chorus gehangen und irgendwann lag ich morgens im Bett so mit meinem Laptop und hatte irgendwie Logic aufs Musikbearbeitungsprogramm und habe dann so irgendwie mit der Tastatur so ein paar Klavierakkorde gespielt und habe dann so Sprachnachricht aufgenommen und gesagt, ey, eigentlich müsste es doch, eigentlich ist es doch genau die Mischung aus diesen beiden Songs. Eigentlich ist es doch das, she's a runaway, runaway girl, living in a lonely world. Weil ich hatte gedacht, ey, es gibt schon so viel Musik und irgendwie war es da auch am besten beschrieben. Und dann habe ich einfach gesagt, ey, das ist ein schönes Zitat. Ja, dieses Don't Stop Believing ist ja auch durchaus ein lebensbejahender, positiver Song und der immer so sagt, man soll irgendwie das weitermachen, worauf man so Bock hat. Wie ist denn damals zu der Zusammenarbeit mit Lindenberg gekommen? Magst du da mal was zu sagen? Du hast ja, glaube ich, bei dem Unplugged-Album Background gesungen, hast du auch ein Duett mit Udo gesungen. Wie bist du in diesen Dunstkreis geraten? Also ich habe einfach, ich habe eine Freundin gehabt, die bei Udo schon lange in der Band gespielt hat und der habe ich immer meine Songs gezeigt, die ich gerade so geschrieben habe und so. Das war 2013, glaube ich, wo ich das alles so gezeigt habe und da war ich noch so auf der Suche und habe ewig viel geschrieben und irgendwann hat sie einen Song gehört und meinte, hey, erinnert, den Song, den du gestern rausgebracht hast, ich glaube, der könnte Udo total gefallen und der hat so einen Förderpreis, schick das da mal hin, bewerb dich da mal. Und dann habe ich das gemacht und sie hatte recht und Udo war totaler Fan von diesem Lied und darüber haben wir uns kennengelernt und dann sind wir Freunde geworden und irgendwann ist eine Sängerin bei ihm schwanger geworden und konnte nicht mehr mit auf die Tour und dann war es so, ja, okay, dann kommt Ina halt mit. Das ist eigentlich die ganze Geschichte und ich bin sehr, sehr froh, dass ich das erleben darf, weil das ist natürlich ein unfassbarer Motivator. Du stehst auf so einer Bühne vor 16.000 Leuten in so einer Arena und denkst, ja, will ich auch. Aber heute Abend stehst du erst mal hier vor, naja, ich schätze mal so 2000 Leuten. Genau, das ist eine Frage, die ich vielen Künstlern stelle, die auch große Festivals oder größere Audiences gespielt haben. Ist es für dich einfacher in einem kleinen Club oder ist es einfacher im Festival oder gehst du anders an so ein Konzert wie heute ran, wo ja die Leute nicht nur wegen dir so hier sind, sondern wo du halt in so einem Gesamtpaket bist? Gehst du da irgendwie anders ran? Also ich bin einfach noch aufgeregter als sonst sowieso schon. Also ich bin eh, meine Band geht das schon, ich bin eh ein sehr aufgeregter Mensch. Das ist dann meistens weg nach den ersten zwei Songs, aber vorher bin ich auf jeden Fall ziemlich angespannt und aufgeregt. Ich finde es auch immer gut, weil sonst hat das ja irgendwie dann keine Bedeutung mehr, so, wenn es zu krass abnimmt und man denkt, ist egal. Und natürlich ist es was anderes, wenn du bei einer eigenen Clubshow rausgehst, wo du weißt, ey, die sind alle wegen mir da, so, da musst du es schon hart verkacken, um die nicht zu kriegen. Bei einem Festival ist es ja immer so, okay, du weißt nicht, stehen die alle nur wegen dem Eck danach da, weiß überhaupt irgendjemand, wer ich bin. Klar musst du die anders kriegen, aber ich empfinde das auch immer ein bisschen als Herausforderung, so. Ich habe lange Covermusik gemacht und ich dachte immer, ey, wenn die Leute keinen Spaß haben, dann liegt es an mir und nicht an den Leuten. Weil wenn die sich heute Abend entschieden haben, hier nur so hinzugehen und eigentlich wollten sie auf dem Sofa liegen bleiben, und ich es dann aber schaffe, dass sie halt richtig Bock auf den Abend haben, dann habe ich einen guten Job gemacht und am Ende des Tages ist es auch irgendwie dann unser Job. Hast du denn so ein Rolemodel für dich selber, wenn es so um Sängerinnen und Künstlerinnen geht, wo du sagst, die haben mich so total beeinflusst, oder? Nee, also mit Vorbildern habe ich sowieso mein Problem, weil da, also man soll ja sein eigenes Ding finden. Natürlich habe ich Leute, die mich früher beeinflusst haben, die ich viel gehört habe und so, aber es ist zum Beispiel so, dass ich die da jetzt heute auch nicht mehr höre. Also, weil es war für die Zeit cool und es war in der Zeit, hat mir das viel gegeben. Und ich höre jetzt komplett andere Sachen als früher und meine Musik ist natürlich so eine Mischung aus dem, was ich viel früher gehört habe. Darf ich kurz fragen, was das ist? Also, sehr beeinflusst hat mich, ich habe ja auch schon ein paar Interviews gesagt, hat mich früher Anouk, weil ich es einfach so mit 15, 16 bis 19 wahrscheinlich, hat die mir aus der Seele gesprochen und es gab auch nicht so viele Frauen im Rockbereich, die ich echt cool fand. Dann war ich auch ein bisschen enttäuscht, als ich sie mal live gesehen habe und war so, oh, gar nicht. Nee, aber, ähm, ja, das hat mich total beeinflusst und natürlich das ganze Nirvana, Foo Fighters, alles, wir haben das ja, alles, was zu der Zeit irgendwie da auch rauskam. Chili Peppers war irgendwie geil, aber ich habe auch super viel Soulmusik gehört und ich mag eigentlich fast alle Musik mittlerweile. Aber ich habe einfach gemerkt, dass die Platten, die ich oft früher total geil fand, dass ich die heute, das ist so ein bisschen auserzählt für mich. Ich kenne das selber, es gibt so ganz wenige Bands, die bleiben dann hängen, so bei einem selber, die hört man halt immer noch, die findet man immer noch geil, aber manches, was man so früher gehört hat, denkt man sich heute so, hm. Klar, die Frage ist ja auch einfach so, interessiert man sich noch für neue Sachen und ich glaube, ich bin viel zu hungrig nach neuen Sachen, um mich ständig nur an dem alten festzuhalten. Das ist bei mir durch meine Kinder, wenn ich meine Kinder nicht hätte, hätte ich nie Billy Eiles schätzen gelernt zum Beispiel, ne. Das ist im Moment, es gibt keinen größeren Popstar auf der Welt, Billy Eiles schon. Um einer wäre ich mit meiner kleinen Tochter da hingegangen, da wäre ich ein super cooler Fatty gewesen, aber leider hört mein Sohn eben halt auch Gangster-Rap. Das hört halt 187 Straßenbahn 0 Sonnenrotz, ne. Aber was du gerade angesprochen hast, war, es gab nicht so viele Frauen im Musikbusiness. Findest du, dass es generell ein Problem ist, weil wir haben diese Diskussion ja auch immer wieder, wenn wir das Booking hier machen für Festivals, dass uns ja teilweise auch Verbände anschreiben und sagen, euer Festival ist nicht divers genug. Kannst du für dich, weil du ja diese quasi diese Nische, weil sie ist ja leider immer noch eine Nische, füllst, kannst du sagen, kannst du das analysieren, woran das liegen könnte? Klar, also ich meine, es liegt ja meistens an Vorbildern. Also es liegt ja meistens genau daran, siehst du jemanden, der dir ähnlich ist, da ist es jetzt ja egal, ob du schwarz bist oder eine Frau oder was auch immer. Aber du fragst dich, okay, kann ich das auch? Und wenn du immer nur, in meinem Fall jetzt Männer siehst, die das machen, dann ist es natürlich schwieriger, sich vorzustellen, dass man, wenn man das macht, auch akzeptiert wird und dass Leute gut finden. Und es wäre jetzt auch gelogen, wenn ich sagen würde, dass mir das noch nie passiert ist, dass jemand Rockmusik mit Frauen, mit Frauenfußball verglichen hat und gesagt hat, ja, das muss man so machen, aber eigentlich findet es ja keiner geil. So und jetzt kann ich natürlich sagen, stimmt nicht, ich habe eine echt okaye Tour gespielt, da waren richtig viele Leute, die waren anscheinend ja irgendwie wegen meiner Musik da und du liegst ein Glück falsch. Aber ich glaube, dass wir einfach jetzt die Bühnen mehr füllen müssen, damit die Generation deiner Kinder, wenn du eine Tochter hast oder ich weiß nicht, ob du Söhne oder Töchter hast, damit die einfach schon ganz anders groß werden. Weil eine Freundin von mir, da ist die Tochter, eine sehr erfolgreiche Fußballerin, so, aber die hat natürlich Poster in ihrem Zimmer von Männern hängen als Vorbilder. Und das ist genau der Punkt, dabei sind die deutschen Fußballfrauen ja schon echt gut. Und ich glaube, ich finde halt diese Ausrede von Festivals immer, das verwässert unser Programm und es gibt es nicht, die finde ich halt sehr schwach. Weil die Frage ist einfach, ja, wer macht denn euer Programm? Macht euer Programm auch nur Männer, die sich vielleicht auch nur für männliche Musik interessieren? Weil die Hälfte eures Publikums sind wahrscheinlich Frauen, so, oder 40 Prozent. Und vielleicht holt man, fängt man einfach mal damit an zu sagen, haben wir überhaupt eine Frauen-Booking, die vielleicht auch einfach einen anderen Geschmack hat und man nicht immer gezwungen wird, diesen anderen Geschmack zu hören, so. Also ich finde, es geht mit solchen Sachen los und, also, wo schaffen wir, Anreize will ich jetzt nicht sagen, aber wo schaffen wir Vorbilder und wo überdenken wir auch unser System, so ein bisschen. Weil ich habe einen Männerberuf gelernt, so, und da gab es 100 Auszubildende und vier Frauen. Ich war definitiv, glaube ich, eine Quotenfrau, aber jetzt sind da halt nicht mehr nur vier. Jetzt gibt es da halt schon irgendwie 15, 20 so und das ist halt immer die Vorbildfunktion. Man kennt jemanden, der es schon kann. Ich habe nie in Frage gestellt, dass ich handwerkern kann, weil ich das als Kind immer zu Hause gemacht habe, aber nur, weil keiner in meiner Familie das in Frage gestellt hat. Ich habe es sehr ähnlich, ich habe einen Frauenberuf als zweites gelernt, wo ich mit drei Männern in meiner Ausbildungsklasse war und der Rest waren Frauen. Frauen, auch das ist nicht ganz einfach, wenn ich das an dieser Stelle mal sage. Hast du mit denselben Vorurteilen zu kämpfen, wie andersrum? Das sind immer noch so tradierte Rollenklischees, mit denen du zu tun hast und so weiter, ja. Und ich würde an dieser Stelle erstmal sagen, vielen Dank für die vielen Netten. Ich finde es auch gut, dass Sie das Mikrofon jetzt so hingehalten haben. Was halten Sie von diesem Thema? Ja, sehr schön. Ina, dann würde ich sagen, ist das noch einmal die Kamera. Du darfst ans Hütte Rock Festival noch ein paar Grüße dalassen. Ich bin raus und wir sehen uns dann morgen oder hören uns morgen wieder. Okay, Ina, bitteschön. Ey Hütte Rock, mega geil, dass ihr auch in diesen Zeiten irgendwie durchzieht und ich glaube, das ist meine erste Show seit zwei Jahren, wo die Menschen sich frei bewegen dürfen und nicht an irgendwelche Biermenke gefesselt sind. Geil, dass ihr da seid, passt aufeinander auf und viel Spaß bei der Show.